Diese Gruppe versucht an einem Wochenende, die 155 Kilometer des Rothaarsteigs in 40 Stunden zu bezwingen. Ohne Schlaf. Oh Gott, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Das ist wirklich so hart gerade. Dies ist der erste Teil der Geschichte. Erst kam Alisa auf mich zu, die hatte das irgendwie, nachts ist ihr die Idee gekommen. Ich habe dann irgendwie Meri angerufen und habe gesagt, lass doch mal den gesamten Rothaarsteig machen. Und ich war erst so, oh nee, wirklich nicht. Das ist viel, viel, viel zu lang. Das ist natürlich nicht alles, was ich mitnehme. Das ist ja dieser kleine Rucksack, den ich mitnehme. Den hat Tidal's mal empfohlen. Damit haben wir auch die 100 Kilometer schon gemacht. Nach einer Woche oder so war ich natürlich dann auch dabei. Der Rothaarsteig liegt ja bei uns in der Heimat. Warum das nicht einfach am Stück machen? Ohne Schlaf, ohne Unterkunft. Nicht die Komfortvariante. Wir sind jetzt hier in der schönen Oranienstadt Dillenburg. Direkt vom Hauptbahnhof. Und starten in ein entspanntes, schönes, ausgedehntes Wanderwochenende. These will be the first two ladies to finish the Rothaarsteig non-stop. Danke, dass ihr dabei seid. Einmal noch kurz. Ja, ja, für mal. Für mal. Für mal. Für mal. Für mal. Das war ein ganz wilder Mix aus allem. Vorfreude. Respekt auf jeden Fall. Müdigkeit. Drei. Zwei. Eins. Ja. Sechs Uhr, let's go. Und dann sind wir einfach losgelaufen. Deutschland. Dann sind wir einfach losgelaufen. Nagel. Servus. Daniel. istorien. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.